Die Bahn Ganz ruhig in die Mitte Jetzt muss es doch schön langsam zum Ende kommen Jetzt schießen die Vorhütter Die Ortskopf ist dran Auch er platziert in die Mitte Meisterowitsch noch bevor Schaffer schießt Verwandelt Heikinen Links unten Jetzt Schaffer Jörg Koch hält den 11. Elfmeter von der Austria Und jetzt muss Hoffmann verwandeln Und er macht es Rapid gewinnt 1 zu 0 Ich möchte mich verschissen